Yo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games mit dem AWOX. Guten Tag. Guten Tag. Wir spielen hier 64er SG Runde. Rise of the Orient glaube ich. Ja, war die auch. Hieß die auch sogar. Ich hab dich überhaupt nicht gesehen, keine Ahnung wo du bist. Ich hab dich auch nicht gesehen. Da bist du. Ok, renn mir einfach mal nach. Ja. Ach, ich sehe dich sogar. Oh nein, jetzt hat der die Kiste. Was ist denn hier über die Brücke? Versuch nicht zu sterben. Warte hinter dir. Oh, Schutzteil ist schon vorbei. Okay, nice. Der lasst auf den hier mit seinem Eis in den Haaren nicht. Das hätt ich gerne. Das soll der mir mal ganz kurz schenken. Oh Gott. Okay, warte, ich bin weiter hinten. Ja, ich renn mal. Der hat mir schon ganz gute Hits gemacht. Oh shit. Oh Gott, ich komm. Loll. Loll. Der hat jetzt, Mann. Oh Gott. Ja, ich hab nen Lederhelm. Ok, danke. Ah, ich hab's auch schon gemacht. Ähm, jo. Geht schon mal gut ab hier. Jo. Da oben sind irgendwie ein paar Leute. Ja. Ich seh's. Wie kommst du? Ja, wie kommt man denn da hoch? Frag mich nicht. Oh, hier. Oh, Loll. Nice. Der war richtig. Sorry für, sorry für Apeen. Egal. Ja, aber der war low. Weil, ich hab... Hier ist ne Brustplatte. Achso, du hast schon ne Eis. Ja. Der müsste aber echt low sein, weil... Achso. Von HP im nächsten Mal nicht. Weil ich hab dem nur ein Hitslevel so gegeben. Ja, ich hab ihn auch. Ne, ich hab ihn double hit gedrückt. Ja, keine Ahnung. Da ist... Da ist einer ein Randy. Ja. Oh shit. Ich lass dir den Kill mal. Lol. Haha, ich hab ihn denn nicht getroffen hast. Nein. Das machte 360 bar 360. Wahrscheinlich. Der trifft doch jedes Mal. That boy, ey, man. Auf, dass du... Ich stirb, schliff. Nein. Wie viel Herzen hast? Six and a half hours later. Boah, der hat sogar Blue... Irgendwann muss er mal essen. Blue LPs, Alter. Der ist schon krass. Krasse Namen. Boah, jetzt hat er es eingesehen. Dass es keinen Zweck mehr hat. Ich hab ne Hose für dich. Okay, nice. Hier, ein bisschen Crap. Gönn dir. So. Track dich mal. Ich glaub noch gar nicht. Ne. Dann müssen wir... Oh, da kommt er sogar. Der nächste. Oh. Oh, die Combo. Combo of Doom, Alter. Was bringt es ihm? Zurückboosten. Gegen ein Team. Wow. Jetzt will er mit seiner Rotter kommen von hinten, oder? Am three weeks later. Digga, was ist mit dem? Komm doch her, Alter. Komm einfach her. Jetzt halt bleibt er stehen. Jetzt rennt er gleich wieder. Ja, aber jetzt sollte er tot sein. Nice. Nice. Endlich nach 10 Jahren. Seine Rot ist übelst abgenutzt. Ja. Okay, lass mal abstaunen. Bleib stehen. Oh, Leute. Die hat gar nicht geblickt, dass wir da sind. Hinter dir. Oh, ich hab ihn aber ganz gut gegeben jetzt. Okay. Oh, shit. Lass auf ihn hier. Das ist ein Evo. Nice. Jetzt ist es ein Down. Ja, GG. Es ist ein End. Ja, bo. Nice. Easy. Jetzt beginnt das Deathmatch. Oh, nice. Eisenschwert. Jo. Nice. Hops. In ist es... Geheir. Unter investigation there's a bitter heart At the poison sinking Let it leave, it's my art There used to be like this Used to be a spark No communication Let it go too far Come closer Deep down You might like what I found Chi-Chi Chi-Chi, da hab ich den Double-Hit begeben Chi-Chi Jo, ich würd sagen, die Runde haben wir trotzdem ziemlich rasiert 9 Kills hab ich gemacht Ich 4, GG, wir haben insgesamt 13 Kills gemacht Kann man mal machen Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen Ja, dann würd ich sagen, schaut auf jeden Fall beim AWOX vorbei Link in der Videobeschreibung Bei ihm nehmen wir wahrscheinlich auch noch ne Runde auf Jo, und dann würd ich sagen, bis zum nächsten Video Haut rein und ciao Tschö-Mü-Dö Tschö-Mü-Dö Vielen Dank.